Heute richte ich mit euch ein neues Wetter Aquarium ein. Dazu habe ich erst mal das ganze Becken sauber gemacht und von den ganzen Schwebteilen befreit und wenn ich das mache, dann lasse ich mir besonders viel Zeit, deswegen im Schnelldurchlauf. Viel Spaß beim Schauen! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.